Nachschuss! Komplett offen gehabt den Schläger, ne? Ja, weil ich, ich habe ihn versucht seitlich noch zu wischen. Ja, wieder die Chance auf den Rondomark. Kein einfacher Ball, aber einigen schon gar nicht bei den Sichtfällen. Was nicht zu kontrollieren bei den Sichtfällen? Ich muss eigentlich einfach nur runtergehen und ebenso an, dass er kommt. Sorry. Okay, ne, ich halte nicht so, dass er sehr tief ist. So, ich würde sagen, Match! Let's stop free! Will bei den... Dann will ich dann...